Hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir und Leute, heute gibt es mal ein extra cooles Video und zwar spielen wir heute mal die Halloween Story und mit dabei ist Emily. Hallo! Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts auf die Glocke, Freunde, das ist ganz, ganz wichtig und so verpasst ihr auch wirklich gar keine Videos mehr und bekommt immer eine Benachrichtigung. Und Leute, das wäre sowieso mega, mega cool, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, denn zusammen als Community schaffen wir vielleicht die 50.000 Abonnenten zu knacken und Emily, wir müssen jetzt nach unten gehen und eine Maske auswählen. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja mal echt cool, warte mal, ich nehme einfach mal, ich glaube die Maske ist mal ein bisschen zu klein oder groß, oh Gott, oh Gott, ich weiß ja nicht. Na gut, dann lasse ich einfach diese Maske an. Äh, guck mal, ich habe zwei Stück genommen, guck mal, wie ich jetzt aussehe. Sie sehen mal mega komisch aus, aber Freunde, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert etwas Liebes über mich oder Emily und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall ein Teil der Lamy Army, das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Okay, jetzt sehen wir auf jeden Fall alle mega gruselig aus, naja, wir sehen ein bisschen komisch aus. Äh, ich finde, ich sehe total gruselig aus, guck doch mal Lamy. Oh, du siehst mega gruselig aus, aber noch gruseliger wäre es ohne der Maske. Äh, das ist total gemein und gar nicht wahr. Äh, warte mal, wir müssen jetzt von jedem Haus eine Süßigkeit nehmen, okay, Emily, da musst du dich wirklich beeilen, ja? Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Süßigkeiten gesammelt und du? Äh, ich habe noch nicht so viele gesammelt, um ehrlich zu sein. Irgendwie wollen die mir nicht geben, hallo, ich brauche Süßigkeiten. Oh Gott, oh Gott, wir haben noch 20 Sekunden Zeit und ich muss jetzt die ganze Reihe hier noch durchgehen. Oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, Emily. Oh, ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe, aber ich bin eigentlich gut dabei. Oh, ich bin eigentlich auch gut dabei, komm schon, noch 10 Sekunden, zack, Freunde. Und, oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich von jedem Haus schaffe, aber ich schaffe es auf jeden Fall noch von diesem Haus. Okay, ich habe auf jeden Fall mega viele Süßigkeiten und du? Oh, ich auch, aber, äh, was sagen die da? Die wollen das gruselige Haus besuchen gehen? Warte mal, äh, die Häuser sind doch schon gruselig genug, oder nicht? Oh ja, das finde ich aber auch und jetzt wollt ihr noch zu den Gruseligsten aus der Straße? Aber los, Lamy, äh, es ist Halloween, also, äh, gehen wir mal in dieses Haus. Ich weiß ja, dass es Halloween ist und genau deswegen sollten wir eigentlich nicht da reingehen. Das ist ja mal viel zu gruselig, oder findest du nicht? Äh, das sieht total gruselig aus. Äh, ich weiß wirklich nicht, ob wir da reingehen sollen. Was meinst du? Äh, ich glaube, wir müssen da reingehen. Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in dieses Spooky-Haus. Oh Mann, oh Mann, ich bin schon so gespannt, ey. Oh, warte mal, da ist ein T-Shit. Äh, die sagen sogar, wir sollen reingehen, also, äh... Ja, stimmt, hier steht, kommt herein, mit so einem La-Smiley. Na gut, dann gehen wir mal rein, oder? Oh, ja. Oh, oh. Oh, Lami. Warte mal, wie dunkel ist es? Hast du das Licht ausgemacht? Äh, nein, ich sehe selber fast gar nichts. Oh, Mann, oh Mann. Und vor allem sehe ich fast gar nichts. Äh, Lami, siehst du den auch? Das ist ein böser Kürbis. Und der hat uns eine Falle gestellt und der hat gesagt, die sind gekommen, um Halloween zu zerstören. Und jetzt werden wir sterben. Emily, was geht denn jetzt ab? Warte mal, wir müssen unseren Baseballschläger nehmen. Und, äh... Oh, ja, wir müssen den Kürbis totknippeln. Los, drauf da. Oh, Gott, aber... Oh, Gott, es sind zwei, Lami. Äh, warte mal, wo kommt denn der zweite dann her? Aber pass auf dich auf, ja? Ich glaube, der kam aus der Tür raus. Oh, Gott, ich darf auf keinen Fall sterben. Auf ihn. Oh, Gott, oh, Gott, der geht ja auf mich drauf, ey. So, komm schon, noch ein bisschen. Und, okay, einen Kürbis haben wir. Oh, sehr gut. Und der andere auch. Oh, Mann, Leute, was geht denn jetzt ab? Wir kämpfen hier gegen böse Kürbisse, die gekommen sind, um Halloween zu zerstören. Warte mal. Äh, der sagt hier, irgendwas ist am Fernseher. Äh, dann wollen wir mal gucken. Äh, äh, Nachrichten. Halloween ist gecancelt. Das wurde abgesagt, weil Monster auf der Straße sind. Warte mal. Monster sind auf der Straße und erlauben den Kindern nicht, nach draußen zu gehen. Äh, warte mal. Was geht denn jetzt ab hier? Äh, ich weiß es nicht, aber ich wollte doch eigentlich nur Süßigkeiten sammeln. Oh, Mann, ich auch. Und wir dürfen, wir dürfen diese bösen Monster das nicht zulassen. Warte mal, wir müssen auch nach draußen gehen und diese bösen Monster verkloppen, ey. Okay, schnell raus hier. Ich klopp die Tür ein. Oh, warte mal, warte mal. Wir müssen nach unten gehen, steht da. Okay, oh, warte mal. Das ist ja ein Geheingang hier. Ich weiß nicht, ob Keller die richtigen Entscheidungen sind. Äh, aber... Da ist ein Plan an der Wand. Warte mal, wir müssen das lesen. Äh, wir müssen die goldene Süßigkeit klauen und dann müssen wir, äh... Warte mal, das ist doch der Plan von dem bösen Lamy. Doch nicht von uns. Oh, Mann, warte mal. Das ist ja mal ein mega böser Plan. Die wollen Halloween zerstören und die goldene Süßigkeit klauen. Warte mal, was hat es mit dieser goldenen Süßigkeit zu tun? Oh, ich weiß es nicht, aber ich will sie unbedingt haben, Lamy. Eine Süßigkeit aus Gold. Wie cool ist das denn? Sag mal, siehst du auch diese Blutspuren? Ja. Das ist ja mal mega gruselig. Oh Gott, oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? In irgendeiner komischen Höhle? Oh, ich glaube, wir sind in der Festung von denen gelandet. Oder was meinst du, Lamy? Was? In der Monsterfestung? Haben wir etwa so eine eigene Base hier in der Höhle? Wie okay ist das denn? Stimmt, das ist doch so, das haben die ganzen Bösewichte halt an sich. Oh, wirklich? Aber warte mal, wir sind doch irgendwie auch böse, wenn wir hier mit ganz vielen Baseballschlägern herumlaufen. Ach, Quatsch, wir retten doch Halloween. Aber, Lamy, siehst du, die goldene Süßigkeit. Oh ja, ich sehe die. Und der hat die geklaut, dieser böse Kürbis. Oh Mann, Mann. Ich möchte die haben, ich möchte die haben. Oh, Emily, du bist ja direkt daneben. Ja, natürlich, ich schnapp mir die jetzt. Hey, Emily, lass dir mal ausreden. Oh Gott, warte mal, der sagt, wir sind richtige Monster. Und, äh, warte mal, die beschweren sich also darum, dass wir so aussehen wie Monster. Aber irgendwie mögen die unsere Verkleidungen nicht. Äh, was soll das denn? Äh, was, wir sind doch die coolsten hier und nicht so doofe Kürbisse wie ihr. Also, geht mal weg von der goldene Süßigkeit, die ist meine. Ey, warte mal, wir müssen den töten und los, drauf da. Oh Gott, wir haben die goldene Süßigkeit geklaut, Lamy, klopp den weg. Oh Mann, ich verstehe das jetzt. Also, diese Monster sind sauer auf die Menschen, weil wir, äh, uns als Monster verkleiden. Aber wir sind irgendwie, äh, Fake-Monster und das mögen die nicht. Oh, irgendwie verstehe ich die. Aber trotzdem müssen sie uns das Halloween nicht verderben. Oh, warte mal, da hinten ist der. Hey, der hat die goldene Süßigkeit. Der kleine Kürbismann, ey, den, den vermöbel ich jetzt. Komm schon, warte mal. Oh, oh Gott, oh Gott, so, Emily, jetzt wirklich aufpassen, ja? Oh, okay, ich werde gerade schon beinahe reingefallen, aber, oh, okay, ich komme, Lamy. Oh, so, Freunde, ich hoffe, ihr schafft alle die Obby und nicht, dass ihr da reinfällt. Wir sind also, ey, und ich bin wieder zurück, äh, das war ja mal ein mega der Fail, Emily. Oh Gott, Lamy, was machst du denn auch? Äh, na gut. Begutierst die goldene Süßigkeit weg. Hey, warte mal, ich bin der einzige Junge hier. Weil du so ein kleiner Noob bist. Ich hau dich kaputt, Lamy. Ey, ich bin kein Noob, ihr seid selber Noobs und jetzt lasst uns mal hier durchgehen. Oh Mann, durch diesen komischen Dunkel-Tunnel. Äh, und, warte mal, wir sind, wir sind hier auf dem Friedhof. Und guck mal, da oben, da oben ist dieser Kürbismann. Warte mal, der hat uns hier auf einen Friedhof gelockt. Äh. Oh Gott, warum das denn? Äh, ich finde das keinen guten Ort zum, äh, Ausruhen hier. Sollen wir einfach mal weitergehen? Hey, warte mal, dieser Kürbistypi, der, oh, der will, dass wir gegen seine Armee kämpfen. Oh Gott, oh Gott, hier sind hier. Oh, sehr gerne, der liegt ja schon auf dem Boden, Lamy, hilf mir. Ah, ich helfe dir, aber versuch nicht zu sterben, ja? Okay, ich werde nicht sterben, aber du wirst auch nicht sterben, Lamy. Niemals, komm schon, warte, wir müssen alle auf einen drauf, dann geht's schneller. So, der ist tot, so, jetzt der Nächste. Komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Die Hälfte Leben hat er nur noch und, oh Gott, oh Gott, ich bin selber fast tot. Wir brauchen nur noch die Hälfte Leben, Lamy. Egal, wir haben ihn und, ja, oh Mann, warte mal, wir haben seine Armee gekillt, aber, warte mal, was soll das denn jetzt heißen? Wir werden niemals die goldene Süßigkeit finden. Äh, ähm, warte mal, wer sie zuerst findet, der kriegt die auch. Oh, warte mal, ich hab sie gefunden. Äh, wie, warte mal, die ist versteckt in irgendeinem Sarg? Was soll das denn hier? Ihr zu einfach, Lamy. Ähm, okay, warte mal, war es das jetzt? Warte mal, kämpfen wir noch gegen diesen Typen? Ich hätte mega Lust darauf, den zu vermöbeln, ey. Hm, eine leckere Kürbissuppe mache ich aus dem. Oh, warte mal, die hat gerade gefragt, ob wir jetzt Halloween, äh, gerettet haben. Warte mal, wir müssen die Süßigkeiten nehmen und der Polizei die geben, okay? Okay, nimm sie dir und schnell raus, hier, Lamy. Oh, yeah. Und, warte mal, wie, äh, wo sind wir? Äh, oh Gott, was passiert hier? Äh, wir müssen gegen den kämpfen? Äh, warte mal, wie cool ist das denn? Oh, Mann, oh, Mann. Okay, vier gegen einen, ich glaub, Emily. Aber wir haben weniger Leben als die anderen. Lass uns die aber trotzdem vermöbeln hier. Oh, Gott, oh, Gott. Hoffentlich hab, oh. Der bewegt sich ja kein Stück. Wo ist denn der König, der, oh Gott, der bewegt sich. Oh, Emily, wow, der schießt ja Laserstrahlen. Oh, Gott, pass auf, Emily. Pass wirklich gut auf dich auf. Oh, ich bin fast tot. Ich muss mir Leben kaufen. Ich kaufe mir das ganz kurz. So, und ich hab wieder volles Leben. So, jetzt lass mich mal draufgehen. So, ich, oh, oh, oh. Au. Oh, Lami, wir müssen wirklich aufpassen. Der hat so eine Special-Attacke. Aber lass mich zuerst draufgehen. Ich pikse ihn in den Po. Oh, ja, warte mal, ich geh auf den drauf. Und komm schon. Oh, sehr gut, Lami. Und ich, ich hab ihn. Oh, sehr gut gemacht. Oh, Mann, wir haben also Halloween gerettet, oder? Oh, ja, ich glaub aber auch. Du hast keine Chance mehr, du doofa, äh, Körbel. Oh, Mann, aber sowas von. Und jetzt müssen wir zur Polizei gehen. Oh, und? Warte mal. Ganz schnell mit der goldenen, äh. Oh, über diese Gräber? Was soll das denn jetzt heißen? Aber ich hab nicht mehr so viel Leben. Oh, das schaffst du schon, Emily. Komm schon, ich glaub an dich. Oh. Zack, okay. Diese Obby ist auf jeden Fall mega leicht, ey. Also, du solltest sie schaffen. Und wenn ich jetzt nach hinten gucke, Emily, dann hoffe ich auch wirklich, dass du noch lebst. Äh, Lami, ich hab total Angst. Du weißt, ich bin voll der Noob. Oh, Gott, oh, Gott. Das war wirklich knapp. Komm schon, du schaffst das. Oh, ja. Ich hab's geschafft, Lami. Ja, voll. Oh, Mann, oh, Mann. Und jetzt nur noch unsere andere Freundin. Komm schon, du schaffst das, Mädchen. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, hoffentlich schaffst du das. Wir haben wohl schon... Nein. Oh, Gott, Lami, wir sind nur noch zu zweit. Na gut, dann retten wir beide halt Halloween, okay? Okay, wir sind die besten Retter. Aber wo hast du eigentlich deine, äh, Maske gelassen? Äh, die ist mir runtergefallen auf dem Weg hierhin. Oh, du siehst total gruselig aus. Hey, was soll das denn jetzt heißen? Findest du mein Gesicht gruselig oder was? Äh, ja schon. Äh, aber warte mal. Oh, wir, wir haben Halloween gerettet. Oh, Mann, guck mal. Die ganzen Menschen sind froh. Oh, Mann, guck mal, wie die lachen. Oh, wie cool ist das denn? Wir sind die Helden. Oh, ja, du sagst es. Und Freunde, lass auf jeden Fall für diese Folge einen dicken Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Schreibt doch noch in die Kommentare, welche Roblox-Story-Spiele wir noch spielen müssen. Dann machen wir das auf jeden Fall gerne für euch. Schaut auch unbedingt bei Emily vorbei. Da haben wir noch so coole Videos gemacht, die müsst ihr unbedingt abchecken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim Video. Und tschüss. Tschüss.